So schreibt ihr heilige Johannes in seiner Offenbarung. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen. Und der Drach streit und seine Engel und siegeten nicht. Auch ward ihre Stätte nicht mehr wunden im Himmel. Und der Grosstrach, die alte Schlange, die da heißt, der Teufel und Satanas, ward ausgeworfen, der die ganze Welt verführt. Und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Und ich höret eine große Stimme, die sprach im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich und die Macht unseres Gottes, seines Christus worden, weil dir verworfen ist, der sie verklaget Tag und Nacht für Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lams Blut und durch das Wort ihrer Zeugnis und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen.